Guten Morgen aus Mainz an diesem 19. Februar. Die Ultras des FSV Mainz 05 haben Sportvorstand Christian Heidel kritisiert und der Ticketverkauf für das Techno-Event Bass am Berg in Nierstein startet. Das und mehr heute im Podcast. Noch in den kommenden zwei Wochen sollen auf dem Gelände der Peter-Hertling-Schule in Finten 14 von 32 Bäumen gefällt werden. Die restlichen sollen im Herbst folgen. Denn die Stadt plant einen Neubau der Grundschule samt Sporthalle und Mensa. Und diesem Vorhaben stehen die Bäume offenbar im Wege. 42 Bäume sind insgesamt betroffen, 10 von ihnen sollen verpflanzt werden. Die Bürgerinitiative Bessere Schule finden kämpft seit Monaten dafür, möglichst viele Bäume zu erhalten. Dafür hatte sie 800 Unterschriften gesammelt. Andere Varianten, für die beim Neubau weniger Bäume hätten gefällt werden müssen, waren sogar mitgedacht worden. Doch diese hatte die Stadt verworfen. Laut Stadt wurde für das Projekt nun eine Mikroklimastudie beauftragt. Die Ergebnisse sollen im April vorliegen, zu spät für die 14 Bäume, die noch im Februar gefällt werden. Die Ultras des FSV Mainz 5 haben Sportvorstand Christian Heidel bei ihren Protesten gegen den geplanten Einstieg eines Investors in der DFL persönlich kritisiert. Während des Spiels gegen den FC Augsburg hielten sie Transparente hoch, mit denen sie Heidel und dem gesamten Vorstand vorwarfen, Fans und Aufsichtsrat überstimmt zu haben. Dazu ein Banner mit Großes Tennis Don Heidel. Zugleich warfen sie Tennisbälle und sorgten so gemeinsam mit Augsburger Fans für eine rund 15-minütige Unterbrechung der Partie. Heidel sagte nach dem Spiel, dass die Fans ein Gespräch ausgeschlagen hätten, indem er die Entscheidung habe, begründen wollen. Mainz 05 sei nämlich zu 50 Prozent abhängig von den TV-Geldern. Wenn der Verein weniger bekäme, hätte das brutale Auswirkungen, meint Heidel. Die Open-Air-Musikveranstaltung Bass am Berg steigt auch 2024 in den Niersteiner Weinbergen. Veranstalter ist das Weingut Gröhl aus Weinolsheim. Das Event findet bereits seit vier Jahren statt und verspricht ein Erlebnis für Wein- und Musikliebhaber gleichermaßen. Bis zu 2000 Besucher erwarten die Winzer für ihr Fest der elektronischen Musik am 28. Juli. Die Besucher erwartet ein vielfältiges kulinarisches Angebot. Mehrere Foodtrucks werden vegetarische und vegane Gerichte zubereiten, darunter neapolitanische Pizza, Trüffelnudeln und sogar Riesling-Eis. Sechs Musiker wollen das Publikum mit elektronischen Klängen begeistern. Der Vorverkauf der Tickets startet am 19. Februar um 18 Uhr. Für die Veranstalter ist auch das Thema Nachhaltigkeit ein zentrales Anliegen. Sie fordern die Besucher daher gezielt auf, mit dem öffentlichen Nahverkehr anzureisen und bitten die Gäste der Veranstaltungen darum, ihren Müll in die bereitgestellten Abfalleimer zu werfen. Die gewalttätigen Vorkommnisse im Testspiel zwischen Meso Nassau II und dem TSV Ebersheim haben erste Konsequenzen. Der Vorsitzende des zuständigen Verbandsgerichts hat Spielverbot gegen die Mannschaft von Meso Nassau verhängt. Das Verbot gilt vom 21. Februar bis zum 20. März. Die Spiele, die in dieser Zeit hätten stattfinden sollen, werden alle mit 3 zu 0 für die gegnerische Mannschaft gewertet. Über das weitere Vorgehen entscheidet bald das zuständige Sportgericht. Die Auseinandersetzung bei dem Testspiel erfolgte, nachdem der TSV Ebersheim einen Elfmeter bekommen hatte. Mehrere Spieler gerieten dann aneinander, wobei die Fußballer von Meso Nassau besonders brutal vorgegangen sein sollen. Ein Spieler soll sogar einem auf dem Boden liegenden Ebersheimer ins Gesicht getreten haben. Passagiere der Lufthansa müssen sich in dieser Woche erneut auf zahlreiche Flugausfälle an mehreren deutschen Airports einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstag die Bodenbeschäftigten zu einem Warnstreik an den Lufthansa-Standorten Frankfurt, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, Bonn und Stuttgart aufgerufen. Der 35-stündige Warnstreik wird nach Angaben der Fluggesellschaft mehr als 100.000 Fluggäste betreffen. Die Lufthansa arbeite aktuell an einem Sonderflugplan, teilte der Konzern mit. Der Ausstand soll am Dienstag um 4 Uhr morgens beginnen und am Mittwoch um 7.10 Uhr enden, teilte Verdi mit. Da alle Bodenbeschäftigten von der Wartung bis zur Passagier- und Flugzeugabfertigung zum Warnstreik aufgerufen werden, werde es voraussichtlich zu größeren Flugausfällen und Verzögerungen kommen. Erst vor gut eineinhalb Wochen hatte Verdi das Bodenpersonal zu einem 27-stündigen Warnstreik aufgerufen. Als Folge fielen 900 Flüge aus. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeineminuszeitung.de. Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbarner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.atvrm.de. Redaktion und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die